fokus ist das motto meines internationalen frauentages morgen zwei für ein mein fokus ist reichweite ich möchte erstmal dass viele menschen wissen dass man auch digital an seine trennung ohne streit herangehen kann und deswegen mal begreifen wie funktioniert eigentlich familie das system wie geht kommunikation all diese grundzüge also die grundschule einer trennung ohne streit quasi und dann auch noch das verfahren selber da möchte ich dir gern die möglichkeit geben zum internationalen tag der frauen damit ich damit es da reichweite gibt für man muss sich nicht streiten man muss die hauptsache ist nicht das geld sondern die hauptsache ist das gefühl ja das ist mein konzept fokus und das läuft morgen bleib hier dran dann kriegst du es mit die paragrafen sylvia oder abonniere am besten meinen youtube kanal dann weißt du richtig bescheid immer wieder immer öfter ciao